so freunde willkommen zurück zu einer neuen folge von daymare 1998 das letzte mal waren wir hier unten haben diese kammern aktiviert und es steht jetzt kurz davor die tür durch zu gehen oh man Was ist mit dir? Lass mich doch vorbei. Oha, das ging schnell, alles klar. Die sind tot. Jackpot-Laden. Ich muss direkt noch die dicke Bumme mit. Warte mal gucken. Hier sind wir aufgestellt. Wir müssen unsere Waffe mal... mal nachladen. Wir nehmen mal die dicke mit. Das holen wir jetzt noch mal. Okay, Q ist... Q ist, ähm... Melik. Er hält übertrieben aus. Muss ich dir noch einfach nur umlaufen. Ein Munition mal, schnell weg. Guck mal, was machst du denn? Lauf doch. Können wir noch was nehmen? Lauf, 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 lauf. Okay, der ist nicht der schnellste. Gut. Okay, jetzt muss ich in Ruhe erstmal... Jetzt habe ich mich durch das Ding wieder weggeworfen. Ruhe nachladen. Dieser Typ. Jetzt checken wir erstmal hier Munition ab. Ah, nein, was ist denn mit der? Ruhe spitzgeschossen mit für die EK. Müssen wir das anders machen. Use, command, drop, empty. Nehmen wir die Munition. Nehmen wir hier rein. Nehmen die... Verdammt. Da rein. Okay. Normation haben wir nicht mehr. Acht Schüsse sind in der Waffe. Wie sehen wir denn aus? 85. Haben wir hier noch... Equidisches Gemisch. Speziell für Hates-Agenten entwickelt worden. Kann als Grundlage für stärkere Aufputschmittel verwendet werden. Achso, das ist so zum Kombinieren wahrscheinlich. So, jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Do you keep this? Das ist so... Liev to Mission Control. PLX-731 Sample secured. Enroute to second helipad for extraction. Do you copy? Good job, Agent. But I'm afraid I have some bad news. The objective of this operation has been updated. Agent Krychek and Wes have disappeared. And until they've been found, we can't allow you to leave the building. Your new objective is to complete the mission of the Epsilon team. And download all the research data on your D.I.D. Glaze, confirm status update. Over. New objective confirmed. On my way. Over. Begib dich zuletzt nicht heise. I'm just a war dog after all. Okay. Okay, geht's einfach nur zur Toiletten? Echt jetzt? Kommt doch nur in die... Da gammelt doch keiner rum. Okay, für die Normalen scheinen es wohl, zwei Schüssen erledigt zu sein. Okay, der sieht nicht mehr gut aus. Hier raus, nein. Okay. Okay. Was ist das? Ausdauerflüsse. Schwer. Noch. Mal gucken. Die Munition ist jetzt auch recht knapp, glaube ich. Drei Schuss. Mal gucken. Kann ich das Lärmagazin? Einen Schuss. Okay. Oder das hier? Jus. Oder... Oh no. Schuss ist abgeworfen? Nee. Warte mal nach. Dann sind sie drin. Dann sind sie drin. Kannst du mich hören? Das ist Agent Crane. An unidentified subject. Hostile. Protective hazmat clothing. Er hat mich gerade gesehen. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Proceder mit extremem Kaution. Es ist armiert und... Crane. Kannst du mich hören? Crane. Ich will einenParadet machen. Okay. قبلit Dir Fernsehen. Sicherlich hoch. Wie geht's sonst? 85. Was haben wir denn sonst? Schnell wirklich ein Aufputschmittel, damit keine Ausdauer wieder hergestellt wird. Oh, 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 oh. Hört ihr aus? Der wurde so wie es aussieht schon gemacht. Ist das dein Ernst? Ich gebe dir doch nicht meine Waffen jetzt ab. Die Ausdauer, ok. Was ist das? Okay, das geht. Sandman! Hast du es? Ich habe Wess' Körper gefunden. Es sieht aus, dass er zu sterben wurde. Keine Ahnung von Kreischeck. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Oh, mein Gott! Das kuckartige Sturm! Okay, das können wir... Ecken. Und jetzt? Okay, das sind meistens... ein bisschen... wie so Art Lager würde ich sagen, wo es ein bisschen was gibt. Was haben wir hier? Da liegt auch noch was. Mehr Munition, das ist gut. Lass mich mal gerade die Lager checken. Was haben wir da aufgesammelt? Ähm... Das hier. Bewusstseinserweitende Droge. Okay. Das ist in G. Hier gibt's dicke Munition. Lass uns die... und aufladen. Gut, jetzt kommt ein bisschen was. Sonst noch? Kann ich hier was machen? Hier liegen ganz schön viele rum. Ich schätze nicht so. Okay, das Schatzsystem funktioniert noch. Ich möchte mich schon wissen, dass sie hier so rumliegen. Ah, deswegen. Gibt's das? Kacke, ey. Ich verballere hier meine ganze Mucke. Warte mal. Mal ein bisschen auffüllen. Weißt du noch mal ein bisschen was suchen. Ichиях mal gerade, jetzt fahre ich nämlich mal... Hier noch die rüsselige munition rein. Freischuss ist echt lächerlich Okay, hier haben wir keine Tümer zum Aufnahmen Oh man Gucken, was für eine Munition das war Normale Munition, da kann ich die nämlich Auffüllen Du bist auch tot Was geht hier, hier ist ein Aufzug Okay, war klar Das ist nicht geil Das ist nicht geil Der fackt denn diese ab Da oben der Kommt runter, will ich behaupten Kommt der schon Was, ein Aiming-Junge Zack Zack Da unten Jawoll Das war doch mal nice Auch da oben Den hier Einmal hier hinter Ja, war ich ja klar War einer ein Problem Komm, geh weiter Geht hier Perfekt Das ist dein Ernst Jetzt hab ich da immer noch rum Mal checken hier Nachladen Das ist mein Telefon Das ist dein Ernst Das ist mein perfekte Das ist mein Herz Da rein. Cheerio. Beschlüsselderteil, Aktenzeichen, Server. Okay. Geht hier noch. Wirklich viel, ja? Gehen wir mal hier hoch. Kann ich was im Automaten machen? Hier liegt noch einer rum. Dann kommt einer. Nicht, nicht nachladen. Okay. Wir gehen hier am Bild. Ein Abbild des griechischen Gottes Kronos. Er ist der Vater von Zeus und hat seine eigenen Kinder verschlungen. Weil er fürchtete, dass sie ihm die Macht unterreißen würden. Das ist natürlich nicht an jedem Bild was. Aber scheinbar. Herrgott, das Schmiedekunst. Alles. Wenn er Gewalt übertroffen wurde. Und schon nice mit dem Regen da an den Scheiben. Okay. Was haben wir hier noch? Da war. Ein Zeichen. Verschlüsselderteil. Zunächst wo der Kaster bilden die Dinger. Okay. Geht hier. Da liegt einer drinnen. Der könnte... Das ist wahrscheinlich... Der private Office der Founder. Von hier sollte ich die System-Passwörter beherrschen. Da sollte ich die System-Passwörter rechnen. Irgendwo. Da oben. Sehr gut. Haben wir alle gefunden. Sehr gut, Munition. K22 Munition. Okay. Ich verfliege das immer nur ein bisschen. Weil es ist so fürs Zuschauen glaube ich ein bisschen arg langweilig. Ah man hier, warte mal. Wir füllen jetzt erst mal... Das Begratzen wieder auf. Da haben wir 7 Schusstonne. Kann ich das auch kombinieren mit... Aha! Okay das geht. Perfekt. Also ich kann auch direkt in die Waffe- und Munition rein... Kombinieren. Gut. Mehr haben wir nicht wie hier das. Charakter löschen. Okay, warte mal. Hier. Hier. Okay. Audio. Agent West. We've lost all communication with Mission-Controller. Ich... Ich... Ich wurde von einem unintensiviert assailant. Agent Krychek chased nach dem Mann. Ich... Ich weiß nicht was mit ihm passiert, folgenden der Versuchung. Und... Ich... Ich weiß nicht wie lange ich mich für... Ich... Ich... Und ich... Krass. erelle die dunkelheit und es wird kein Stu mehr aufziehen, weil ich... Was geht hier für Sounds? Okay, warte mal. Wer ist der denn hier? Unter jeder Wunder heilen. Was soll ich hier eintragen? Charakterlöschen. Okay, die sind auch... Stetig. Ach so, okay. Wir gehen erstmal weiter. Frage. So. Damit hängt das nicht zusammen. Ich guck mal kurz in diese Unterlagen, die wir hier gefunden haben. Ob da irgendwas drin steht. An... ... ... ... ... ... ... Jetzt ist die Frage, wie sind die drei Sonn-Polux? Die Bezeichnung hat die 2 erreicht. Wir gehen erstmal weiter. Schauen wir mal. Ne, hinten noch rein. Unten noch rein. Aber auch mal. Mal gucken, was sich da oben diesem Computer auf sich hat. So Freunde, hier liegen einige rum. Wer von euch hat denn Bock? Also wirklich? Geht vielleicht? Hier eher hin. Kann die Anlage noch nicht verlassen. Ist doch noch ein Soldat. Weges. Gut. Hier. Gar nichts. Jetzt muss ich doch schon hoch, oder was? Hier unten. Mal hier reingucken. Kamen wir her. Kamen wir her. Kacke. Schmiedekunst. Vielleicht hat das was hier mit zu tun. Ich denke mal auch, weil... Warum sollte ich mir sonst diese Bilder anschauen können? Vielleicht kriege ich einen Gottes Ares. Das ist seine Schönheit und von seiner Energie immer gemeint. Da stand irgendwas mit hell und dunkel. Na, gucken wir mal, ob es hier irgendwas noch gibt. Guck mal. An den Bildern liegt. Nein. Gottes Lichtes. Mensch, hat mir Kunst und Dichtung gesehen. Apollo. Das ist Gottes Lichtes. Okay. Gehen wir mal Apollo ein. Na, da steht doch erhelle die Dunkelheit. Also. Ah. E. O. Das ist L. Das ist L. Was hier? Ah, irgendwo eine Kacke. Upsa. Was ist das denn mit der Tastatur? Aber die müsste ja... Warte mal. K. Dann müsste hier das L sein. Apollo. Erhelle die Dunkelheit und es wird kein Sturm mehr aufziehen, vor dem er dich retten kann. Okay. Das war's jetzt aber noch nicht. Wollen wir hier was machen nochmal? Ich check noch mal. Ne, geht nix. Oh, hier liegt auch noch was. Exacore. Verschlüsselte Dateien. Akte Zeichen. Hb. 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 Was müssen wir hier eingeben? Oder hier am Koffer? Pollux. Es ist ein erfahrener Faustkämpfer. Wir suchen ja dieses Pollux Zeug. Soll ich mal Pollux angeben? Das was bringt. Was komisch ist halt... Pollux. Auch falsch. Hier gibt es die richtigen Buchstaben, oder? A-E-P-T-I-K-H-N-M. Geht hier. Okay. Das Ganze habe ich noch nicht gecheckt. Warte mal. Irgendwas muss das ja hier mit zu tun haben. Achso. Warte mal. Wie hieß diese eine hier? Das griechische Gott ist Kastor. Er zusammen mit Pollux. Also. Pollux ist ja das was wir brauchen. Kastor. Probier ich jetzt mal. Kastor. Und wir haben hier die Tastatur. D-A-S-T-O-R. Und hier ist diese griechische Tastatur. Jetzt gehe ich mal hin. Kastor. Hier ist das. C-A. S-T-O-R. Das R ist das. P-A-A-A. So schwer die Verletzung auch sein mag, sie wird seine Reise niemals beenden. Ah, das ist doch hier. Verletzung. Golden Fleece. Legende könnte jeder Wunde heilen. Redigung Nasser. Ist das jetzt Jason? Warte mal. Schauen wir mal aus. Hier ist das H. Das J. J. Sun. Nee. Nicht funktioniert. Aber der Plan ist klar. Warte mal. Hier ist auch noch was. Linksbruder Custer ist ein erfahrener Faustkämpfer angeblich unsterblich. Ich mach grad gucken. Ich gebe jetzt als Zeit das direkt auf Pollux ein. Das bedeutet. B O. L L. Q. X. Auch nicht. Braug. Die anderen noch checken hier. Egal wie schwer verwundet sein mag. Apollo. Er ist ein Gott des Lichtes. In Zukunft Menschheit mit Kunst. Lichtung und Musik. Das war doch der nicht. Das war der Schmied. Schmied. Das heißt seine Schönheit. Der nur von Regierender Gewalt übertroffen wurde. Hm. Schmiede Kunst. Und lebt in einem Vulkan. Und lebt in einem Vulkan. O. Luchs. Das ist auch nicht. Warte mal. Golden Vlies. Soll das? Mit dem Golden Vlies. Der Legende nach Contras jede Wunde heilen. Gut probieren wir mal aus. Ähm. Golden Vlies. Aber es gibt kein Leerzeichen. Es gibt kein Leerzeichen. Es gibt kein Leerzeichen. Das kann nicht sein. Okay. Lass mal kurz gucken. Vision Crypt. Pollux. Also ich denke mal. Pollux oder Zulingscode. Castor. Pollux. L. O. X. Probier nochmal Pollux. Das kann doch nicht sein. Habe ich mich nur vertippt vielleicht? P. O. L. L. Ähm. T. O. L. O. L. 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 Warte mal. Das ist. ZX. Das ist das X. O. Ah, man darf sich... Ah, wie dumm. Okay, warte mal. Das ist Pollux. Kommt hier TZU. Das ist das X. Aha. Mussten eine lange und beschwerliche Reise auf sich nehmen, um es in Besitz zu bringen. Lange Reise, war der Kamerad hier vorne, wartet mal. Der war da hinten auf der Reise. Hier. Ah, was? Warte mal, was ist das denn schön? Nehmen wir einen Klepper auf der Reise. Einer, die wieder erzählt. Wird jetzt... Da war auch einer auf der Reise. Der Schmied. Das war das Tuch. Mann. Die Argonauten musste eine lange und beschwerliche Reise auf sich nehmen, um es in ihren Besitz zu bringen. Das in ihren Besitz zu bringen. Mal gucken wir nochmal. Was kann man in den Sitz? Also Reisender war ich irgendwie falsch. Golden Fleece. Golden Fleece. Das gucken wir jetzt nochmal. Aber ich hab doch keine Leertaste. Ähm... Hier ist das T. Das ist hier das G. O ist O. Golden... Jetzt zusammenschreiben oder was? F... 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 K... L... E... E... Z... X... Z... X... Z... 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 Over. Alles was möglich ist. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.